Servus Leute, willkommen zu Let's Play Resident Evil 6. Was mir direkt aufgefallen ist von Anfang an, ist, dass diese Ansage fehlt von diesem Typ, der das immer gesagt hat damals. Resident Evil 1, 2, 0, bla 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 bla. Dieser Typ, den kennt ihr ja bestimmt jeder, der Resident Evil früher mal gespielt hat. Kennt den Typ. So, jetzt müssen wir erstmal die Grafikeinstellung checken und dann lege ich auch schon direkt los. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe alle Resident Evil Teile gespielt. Bis auf dieses Raccoon City Scheißdrecks Ding da. Das soll ja extrem schlecht gewesen sein. Komm, das lassen wir mal auf FX normal. Das reicht. Und ja, ich muss sagen, von allen Resident Evil Teilen, die ich jemals gespielt habe bis jetzt, war Resident Evil 2 auf der Playstation 1 war es glaube ich der beste. Und dieses Prequel, also das was vor Resident Evil 1 gespielt hat, Zero hieß das glaube ich auf dem Gamecube. Das waren so meine Favoriten bis jetzt. Und von diesen actionlastigen Teilen fand ich Resident Evil 4 bis jetzt am besten. 5 war, naja, geht so, ne. Und, äh, was habe ich jetzt gemacht? Und ja, jetzt spiele ich Sex. Sex soll ja sehr schlecht sein. Äh, ich meine Resident Evil 6. Also Sex ist schon was Tolles, aber... Scheiße. Äh, ja. Aber Resident Evil 6 soll sehr schlecht sein. Im Vergleich zu den anderen Teilen. Ich habe mir ein bisschen was angeschaut dazu, ein paar Videos und ich fand es eigentlich sehr cool. Ähm. Ich muss mir jetzt ein eigenes Bild davon machen, wie gesagt. Also, viele Bewertungen sind ja auch immer oft, äh, ja, parteiisch, je nach Zeitschrift halt. Ich lasse es mal auf 10, ich will das schön dunkel haben. Damit auch ein bisschen Gruselstimmung aufkommt, weil zu hell ist für Pussys. Und ich konnte jetzt gar keine Schwierigkeit einstellen. Naja, gut. Fangen wir mal an. Da ist übrigens alles dabei bei der Version hier. Download Contents und so. Ich will ja alles zeigen, weil... Ich kann ja jetzt schon mal verraten, man kann ja verschiedene Charaktere spielen. Ich habe keine Ahnung, wie das unterteilt ist, ob man das mit jedem komplett durchspielen muss oder man wechselt. Wenn man es mit jedem durchspielen muss, dann werde ich auf jeden Fall jeden Charakter spielen. Und jetzt halte ich meine Klappe, weil es geht los. Alles klar. Alles klar. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 WTF? Was war das denn? Oh, Schmetterling! Okay, also wie man sehen kann, geht es mit der Action natürlich direkt weiter, genauso wie in Teil 5. Ich bin ja eher weniger ein Fan davon, ich mag eher dieses Survival Horror, wie es früher war. Action ist zwar schön und gut, aber zu viel ist halt auch für ein Popo. Das ist ja kein Resident Evil mehr dann. Oh, umsehen, ja. Ah, ah, okay. Ich spiele mit dem Controller, wie man sehen kann. So wie früher halt, ne, auf der Playstation, als noch kein Resident Evil auf dem PC gab. Und, ja, gucken. Wird mit dem Ziel wahrscheinlich wieder sehr toll, ohne Maus, aber nein. Ah, und so, wir spielen als erstes Leon Kennedy. Den man ja kennt, den Kennedy. Von Resident Evil 4, Resident Evil 5, hab ich gar keine Ahnung, war der da auch dabei? Keine Ahnung. Schon zu lange her. So, da bringen wir die Gude mal, wo ich keine Ahnung habe, wer das sein soll. Was, auf Deutsch? Krass. Ich hab gedacht, das wäre auf Englisch. Also jeder Resident Evil Teil war ja immer von der Audio-Qualität, also Audio-Wiedergabe war ja auf Englisch und der Text unten auf Deutsch. Finde ich jetzt mal was anderes. So spart man sich wenigstens das Texte lesen und dann kann sich auf die Handlung konzentrieren, aber ist halt ungewohnt von den Stimmen her. Naja, gut. Ich hoffe, die Synchro ist gut gemacht, weil deutsches Synchro ist immer so eine Sache. So leicht kommen sie nicht davon. Na los. Auf jeden Fall kommt die Stimme von Kennedy bekannt vor. Was? B? Ja, cool. Oh nein. Also ich sehe schon, das Spiel setzt sehr viel auf Quick-Time-Events anscheinend. Okay. Umsehen. Wir haben so viel durchgestanden. Jetzt wird nicht aufgegeben. Jo. Komm. Einmal ein Stück reinhauen, dann ist die Tür offen. Kopfnuss. Das ist ja alles Quick-Time-Event hier. Hallo. Ja. Jetzt wieder Quick-Time. Oh. Ja. Oh. Ja. Ich bin der Quick-Time-Event-Profi, wie man sehen kann. Ich mag keine Quick-Time-Events, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich ja schon bei Metal Gear gesagt. Na ja, gut. Macht es auch ein bisschen einfacher, muss ich sagen. Man muss ja nur im richtigen Moment an die richtigen Tasten drücken und dann geht alles von allein. So, weiter geht's. Und der Heli ist schon wieder da, sehe ich. Was will der von uns? Hallo? Heli? Okay. Ein Blutbad. Eine Person, die verdächtig... Wir haben es fast geschafft. Am Fenster rumliegt. Nein. Du wirst nicht hochspringen und uns angreifen. Oh, eine Waffe. Eine Waffe. Nimm die Waffe. Nimm die Waffe. Nimm die Waffe. Nimm die Waffe. Gott. Wer ist denn das? Chill. Oder wer? Chill Valentine. Auf jeden Fall hat es den hübschen Hintern, ja. Vielleicht ist es auch. Was? Bist du schon erschöpft, oder was, du Lusche? Komm. Mach hin, ey. Hier sind Zombies. Nichts mit Pause machen. Oh, ich hab da ja noch. Ich hab da ja noch. Ja, stimmt. Hier drin muss irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten sein. So, wie ist denn die Steuerung? Ah, okay. Wir können noch nicht zielen. Nichts machen. Man muss erst mal jetzt dieses kleine Tutorial hier spielen. Okay, die Steuerung ist relativ gut, muss ich sagen. Lässt sich sehr gut. Wie soll ich sagen? Die Übersetzung ist sehr gut. Von den Nippeln. Ich hab schon gedacht, mit Metal Gear hätte ich meine Nippel geschrottet. Schrecklich gute Soldaten, so sterben zu sehen. Texturen sind auch an manchen Stellen ein bisschen vermatscht. Oh, das alte, gute, bekannte Kraut. Ach, da werden Erinnerungen machen. Man kann sagen, was man will, aber der erste Resident Evil Teil ist immer noch der geilste. Vor allem dieses Remake auf dem Gamecube damals war schon cool. Also nochmal das gleiche Haus mit den neuen Grafiken. Und dieses Schockerwagen halt richtig geil gemacht. Leon, sind Sie da? Hannigan. Gut, Sie sind okay. Wo ist Helena? Es geht dir nicht gut. Sie braucht medizinische Versorgung. Haben Sie noch Kräuter? Ein paar. Aber ob die helfen? Hey. Okay, hören Sie zu. Tun Sie genau, was ich sage. Ist ein bisschen schüchtern. Deswegen dreht er sich weg. Guck doch mal in die Kamera. Ach, komm. Gut. So, genau. Das kann man ja kombinieren. Hä? Ach, ich muss einfach auf A drücken. Okay. Ich habe gedacht, ich könnte da unten irgendeine... Das ist alles aber da, 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 da. Krautgrün plus Grün. Und jetzt? Welter? Hä? Hä? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Also das Menü wurde ja kritisiert schon. Wegen der, äh... Was soll ich sagen? Umständlichkeit. Ähm... durchhalten, Helena. RB. Gut, das muss ich mir merken. Zu viele gute Leute mussten ihr Leben lassen. Sie werden nicht dazu gehören. Leon. Oh, oh. Hallo. Die Grafik ist schon cool, muss ich sagen. Also, die wurde ja auch bemängelt. Gut, Texturen sind an manchen Stellen schon matschig, aber so die Figuren sehen eigentlich schon cool aus, muss ich sagen. Und auch wenn der Resident Evil Teil vielleicht einer der schlechtesten ist, der sechste, aber ich bin Resident Evil, äh... Hä? Da hat gestanden, rechte Maustaste, ich spiele doch mit Controller. Oh, nö, Nippel zerstören schon wieder. Komm schon. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich mach dich kaputt! Diese Quicktimes, die sind echt ein bisschen... So muss das sein. Was ich sagen wollte, Resident Evil ist ein Muss für mich. Ich bin nur ein Resident Evil, wie soll ich sagen, Fetischist. Ich hab mir damals die Playstation 1 nur wegen Resident Evil geholt. Ganz ehrlich, also... Ich hatte keinen anderen Kaufgrund und Tekken kam dann noch dazu später. Okay, RB kann ich mich auch selbst teilen. LT ist zielen, RT schießen. Was ist RB? Nix. Nippels. Y-Inventar. X ist nix. X ist nix. Coole Sache. B ist auch nix im Moment. Und A ist Kamera zentrieren. Okay. Man konnte auch irgendwie nach hinten gucken, wenn man läuft, ne? So. Bei irgendeinem Teil war das doch so, wenn man rennt oder so. Wie rennt man eigentlich genau? Das ist jetzt die Frage. Ah, okay. RT ist auch Schlagen und Reden. Oh, cool. Da kann man sogar Kombos machen. Das ist ja nice. Nein! Jetzt hab ich mich nochmal gehalten. Nein! Krautverschwendung. Oh mein Gott! Ah, auf A kann man rennen. Deswegen fix... Äh. Okay, aber... Okay. X ist... Äh. Ja. X war nix. Das hatten wir ja schon. Gut. Alles klar. Komm. Jetzt hätte ich fast das Kraut verbraucht. Dann hat die keins mehr und dann haben wir das Spiel schon verloren. Fail. So. Wie geht es Ihnen? Ich werde es schon überleben. Na komm, ich helfe dir. Auf geht's, wir müssen weiter. Danke. Püppchen. Leon, was machen Sie denn? Sie müssen da weg. Jetzt sofort. Wir gehen zum Quad Tower. Was? Nein, das ist zu gefährlich. Quad? Dort sind BSAA-Agenten mit Überlebenden. Kann man da Quats kaufen. Ich lasse Sie nicht dort. Verstehe. Lassen Sie mich helfen. Ich zeige Ihnen den sichersten Weg. Danke, Hannigan. Hm. Okay. Ich habe das Feldhandbuch auf Ihren PDA geschickt. Im Notfall finden Sie da drin alles. Ah, okay. LB-Wegfindungshilfe. Ja, das ist für mich genau das Richtige. Ich bin ja schon ein bisschen eingerostet, was Resident Evil angeht. Können wir sowas gut gebrauchen. Okay. Ja, komm meinst du, das ist ja wohl einfach. Gibt es ja nur den einen Weg. Das ist schon sehr dunkel, also. Wow. Oh. Wow. Okay. Soviel zu den Schockern. Ah, okay. Gibt auch einen Koop-Modus in dem Spiel hier, aber in Let's Play mache ich natürlich erst mal alleine. Das Problem ist, wenn ich mit den Koop-Leuten, wenn die keine Zeit haben, dann muss ich mal das Let's Play aussehen. Oh, oh. Da müssen wir hin. Jetzt müssen wir veräppeln. Honigal, kommen wir hier zum Turm. Scheiße. Ja, gehen Sie einfach geradeaus weiter. Einfach geradeaus weiter. Durch die Zombies oder was? Ach du Scheiße, wenn Sie mich veräppeln, das sind überall Zombies. Und das Team mit dem Nippel. Aber gut, es geht. Oh, ich kann da. Oh, das ist da. Gleich mal einen Nahkampf ausprobieren. Cool. Bam. Und. Bam. Und. Komm schon. Komm. Oh. Und. Roundhouse Kick. Oh, ich hätte eine Waffe. Okay, komm, wir müssen weiter. Das wird gerade ein bisschen zu... Finde ich cool, dass die Zombies so schön langsam sind. Ich hasse diese übertriebenen, schnellen Zombies. Das ist eigentlich voll... Schwachsinnig. Das wird langsam ein bisschen... Aus Ihren Löchern. Junge. Oh, cool. Action. Ich muss sagen... Ich muss sagen, der Leon, der hat es im Nahkampf mehr drauf, als die es mit einem Bier. Aber der hat ja jeden Scheiß auf die Fresse gekriegt. Wo muss ich denn hin? Oh mein Gott. Lass mich doch mal den Weg finden. Da müssen wir hin. Komm, lauf. 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 Lauf doch. Steht im Weg. Oh, oh. Oh, oh. Quicktime. Quicktime. Doch keiner Quicktime. Ich hab gar keine Ahnung, wie viel Munition wir noch haben. Ich hab einfach jetzt mal drauf geballert. Äh. 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 Hallo? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh nein. Der böse Heli. Ach, der ist nett. Okay, ich komme. Ach, ja. Ist klar, ist klar. Lauf. 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 Oh, oh. Geh weg. Dofer Zombie. Trenn in der Hölle. Puh. Ah. Das war. Geht schon gut ab von Anfang an, so muss ich sagen. Aber eher positiv. Es gibt gute Action, es gibt schlechte Action bei Resident Evil. Ne, ich sag, zu viel Action ist halt doof. Und wenn der Heli abstürzt, ist das auch doof. Komm, Leon, du kannst es doch. Schnell. Ich kriege ihn nicht hoch, hat er gesagt. Ja, es ist Schwein. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich verarschen. Was? Hilfe. Ach, wirklich? Äh. Äh. Der ist doch infiziert, oder? Ach du Scheiße. Die will den noch retten. Boah. Man muss sich jederzeit für dieses Quicktime-Events bereithalten. Das ist echt anstrengend. Muss man da schön beim Let's Play einen Kaffee trinken. Ach du Scheiße. Mist. Festhalten. Gut. 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 Ja. Gott. Ach du Scheiße, es wird ja immer schlimmer, vom Regen in die Traufe, von, 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 ach du Scheiße, nein, 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 boah ey, willst du mich verarschen, alter Schwede, Ah, okay, ihr seht rechts in diesem, äh, Notepad oder was das ist, dieses Smartphone Dingens da, da kann ich auf Y, wenn ich ziele, die Waffen anscheinend wechseln, im Moment hab ich halt nur eine, komm, Helena, oder wie der heißt, ich hab's schon wieder vergessen, Roger und Kambodscha, yeah, Roundhouse, oh, wo sind wir zur Hölle? Was denn? Sieht doch voll normal aus, ach ich kann schon wieder steuern, das finde ich cool bei den neuen Resident Evil Teilen, dass man so über Geländer springen kann, weil dieses ewige Umherlaufen, um Geländer und so weiter, war halt ein bisschen störend bei den alten Teilen, das gibt halt Vor- und Nachteile bei den neuen Teilen, genauso wie bei den alten Resident Evil Teilen, Ach, ist das schön, mal wieder Resident Evil zu zocken, ist so cool, äh, Ich bin voll happy, wie, äh, ist noch nicht genug? Äh, hallo? Hilfe! Spiderman, Spiderman Komm, jetzt sag Den hab ich doch gemeint, den guten alten Sprecher Baru